Hallo, ich bin Natascha und zeige euch heute, wie ihr die Matratzen eures Cloud7 Hundebetts wascht. Nicht nur die Bezüge, auch die Matratzen von Cloud7 Hundebetten können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Nutzen Sie dazu bitte Feinwaschmittel und falls starke Geruch vorhanden ist, kann aber auch ein Hygienespül dabei gegeben werden. Stellen Sie die Maschine dann auf Feinwäsche ein und schon kann es losgehen. Wir empfehlen es, die Matratze nur zu Hause zu waschen, wenn die Sonne kräftig scheint oder eine warme Heizung in Reichweite ist. Die Matratze muss unbedingt über viele Stunden von allen Seiten durchstocken, um Stockflecken oder gar Schimmerbildung zu vermeiden.